Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs auf Schrecken. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Schreckt auf. Schreckte auf. Ist aufgeschreckt. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich schrecke auf. Du schreckst auf. Er schreckt auf. Wir schrecken auf. Ihr schreckt auf. Sie schrecken auf. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich schreckte auf. Du schrecktest auf. Er schreckte auf. Wir schreckten auf. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich bin aufgeschreckt. Du bist aufgeschreckt. Er ist aufgeschreckt. Wir sind aufgeschreckt. Ihr seid aufgeschreckt. Sie sind aufgeschreckt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich schrecke auf. Du schreckest auf. Er schrecke auf. Wir schrecken auf. Ihr schrecket auf. Sie schrecken auf. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich schreckte auf. Du schrecktest auf. Er schreckte auf. Wir schreckten auf. Ihr schrecktet auf. Sie schreckten auf. Den Schluss macht der Imperativ. Schrecke auf du. Schrecken auf wir. Schreckt auf ihr. Schrecken auf sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb auf Schrecken. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zz.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team.